Alle Freunde, wieder treffen nach all den Jahren Wir haben alle viel erlebt und sind immer noch da In der Kleipe an der Ecke, unser Essen war Sieht es heute noch so aus, wie in den 19-Jägern Manche sind geblieben und jeden Abendblut hier Meine jetzt, du Liebe, wird viel zu fein dafür Wir sind wirklich zu verschieben und komm heut von bald Denn unsere Freundschaft ist geblieben, denn uns verwirkt wirklich Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh, es kann uns keiner nehmen Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh, lass uns die Gläser heben Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh, es kann uns keiner nehmen Die Stadt fühlt hell und wir trinken aufs Lebens Wir haben an jedem Tag entschieden Dass wir da erwarten, die Momente zu geben Sind in nichts zu bezahlen, jedes Mal von Tiefdresen Haben wir zusammen gesehen, wenn man nicht morgen drüber reden Bringt das viel Spaß am Blick Das kann uns keiner nehmen, oh-oh-oh-oh-oh Das kann uns keiner nehmen, die Stadt wird hell und wir trinken aufs Leben Freak ist back, liebe Zuschauer, und damit sage ich herzlich willkommen zum Bandporträt von Freak E-Plugged Herzlich willkommen Florian Und dann natürlich, was heißt denn E-Plugged? Unplugged hat vielleicht jeder schon mal gehört, was ist E-Plugged, was hat es damit auf sich? Tja, Angie, wir haben, wie du sagst, den Stecker wieder eingesteckt Wir haben reingestartet mit einem Anpackprojekt und haben auf Dauer gemerkt Irgendwie wird es dann doch langweilig und monoton Und wir wollten dann doch die Beats und die Bässe ordentlich hören Deswegen haben wir das ganze Konzept in Technik gepackt und sind wieder fresh back Wir sind gespannt, was heute noch so alles auf uns wartet Musikalisch und natürlich auch an Informationen von euch Jetzt bist du eine Person, Freak kenne ich aus der Vergangenheit Auch die Zuschauer in der Region noch mit ein paar mehr Personen Wo ist denn der Rest der Band und was ist mit euch passiert in der Vergangenheit oder in der Zwischenzeit? Tja, was ist mit uns passiert? Wir sind alle älter geworden irgendwie Die Zeit bleibt eben nicht stehen Der Rest der Bands sind 50%, die kommen dann noch mit dazu Aber du spielst natürlich auf die Musiker an Und damals von Freak, wir machen mittlerweile in verschiedenen Projekten Musik Das hat sich so ein bisschen zerstreut und der harte Kern ist übrig geblieben Und der ist heute hier bei dir Du hast es gerade eben schon gesagt, da fehlen noch 50% Das heißt, wir schauen uns gleich mal deine bessere Hälfte an Und so lange machen wir einen kleinen Rückblick in die Vergangenheit Bis gleich Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 So und jetzt ist sie da, die zweite, bessere Hälfte von Freak E-Plugged Und vor allem früher bekannt hinter den Kulissen von Freak, von den alten Bildern Immer die Zauberhand an der Technik und am Pult Wie kommst du jetzt eigentlich in die Band, Klaus? Ja, ganz einfach. Ich war ja schon immer dabei, war einer der Mitbegründer von Freak Und da sich die Band jetzt so ein bisschen damals leicht aufgelöst hat Jeder macht ja andere Projekte Und ich und der Florian uns schon ewig kennen Sind wir auf die Wege gekommen, wir müssen das zu zweit machen Weil ganz alleine kann das nicht Bin ich mit rein in das Ding Und dann haben wir gedacht, okay, wir machen was Gescheites Wenn wir es machen, wollen wir es richtig machen Was macht ihr anders? Was hat sich verändert? Man hat es ja auch gesehen, oder wenn man euch von früher kennt Mit Pyrotechnik, mit Flammenwerfern etc. Riesengroße Rockmusik Wie sieht das jetzt aus? Ja, die Szenen hat sich ein bisschen verändert Und aufgrund der Tatsache, dass ja viele familiär eingespannt sind Und auch das Publikum gewechselt Und verschiedene Sachen sich geändert haben im Leben Haben wir gedacht, machen wir das zu zweit Anders und besser, kann man eigentlich nicht sagen Weil so eine große Band ist eine große Band Zu zweit ist es halt schwieriger, das da zu bieten, was man früher mal gemacht hat Aber wir versuchen da nahe ran zu kommen Und das halt nur mit unserer Technik Und mit viel technischem Aufwand Und wir haben halt viel Zeit reingesteckt in die ganze Geschichte Und hoffen doch, dass das ganz gut ankommt eigentlich Anders ist eigentlich nicht viel Es soll wie eine große Band klingen Was es auch tut, aber es ist nur ein Zwei-Mann-Projekt Deswegen habt ihr euch auch ziemlich viel Arbeit gemacht Auch in der Vorbereitung und auch im Vielbauen Also du bist ja da immer live dabei, das Ganze individuell für euch zu bauen Und Duo ist ja auch so ein Trend momentan Wo man denkt, okay, man ist zu zweit, macht Musik, fährt irgendwo hin Es ist ganz entspannt Ihr macht das anders Was ist bei euch anders als bei den anderen Bands, bei den anderen Duos Was könnt ihr besser? Ja, was anders Wir versuchen halt viel zu bieten Also musikalisch sehr breit aufgestellt Von Firmenfesten bis Geburtstagen, Hochzeiten und Partys allgemein Und wir können halt von klein bis groß spielen Also ich sage mal von der Speisekammer bis zur großen Bühne Und anders ist bei uns halt noch die multimediale Geschichte Also wir bauen jetzt noch eine Leinwand hinten auf oder ein Screen Und bieten denen zu jedem Titel oder jedem Musikstück halt ein Video an Was wir teilweise selber drehen Mit viel Aufwand und manche Sachen schneiden wir so zusammen Also eine schöne, runde Unterhaltung Für Leute, die einen netten Abend haben wollen Okay, und wie das genau live dann aussieht Mit den selbstgebauten Videos und Bildern, das schauen wir uns jetzt an Ich bin immer Ich bin immer Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 Ja, liebe Zuschauer, jetzt sind wir komplett 100% Freak E-Plugged. Jetzt erzählt mal, was macht ihr denn für Musik? Für welche Events könnt ihr spielen? Was hört man von euch? Welche Jahrzehnte habt ihr mit im Gepäck? Jahrzehnte? Fast alle. Ab den 50er Jahren. Aufwärts bis heute. Modern, älter, 2090er. Alles mit dabei. Also wir machen grundsätzlich von nichts halt. Klaus hat es schon gesagt, von Rock bis Pop, von Zart bis Hart, von Funky bis Groovy ist alles dabei. Also von daher sind wir nicht limitiert von der Veranstaltung her. Wir spielen auch Zeiten, Firmen feiern, Geburtstage, Partys, Kirmesveranstaltungen. Also. Wie kommt man dann an euch ran? Also wo kriegt man den Kontakt her? Wie kann ich euch buchen? Wo finde ich euch? Online, Social Media und so weiter? Absolut. Genau da. Und für alle, die es noch nicht erwarten oder die es nicht erwarten können, uns bald zu sehen, also gerne auf unseren Social Media Kanälen reingucken. Freak E-Plugged oder Freak-E-Plugged.de. Instagram, Facebook. Schaut einfach rein und bucht uns. Wenn man denn bei euch ist, seid ihr Musiker zum Anfassen? Egal wie weit man das definiert, kommt man an euch ran? Kann man mit euch sprechen? Kann man sich austauschen? Kriegt man Autogramme? Seid ihr so Musiker zum Anfassen, zum Austauschen? Also es ist bei uns auch ein bisschen zweigeteilt. Bei uns ist es eher so, dass Klaus hier die Kuscheltierabteilung hier bedient. Nein, also klar, wir sind natürlich da zum Anfassen, zum Sprechen und sind auch für jeden Plausch gerne zu haben. Klar, suchen wir den Kontakt zu den Leuten, weil wir wollen ja auch das Feedback haben, direkt persönlich von den Leuten. Und es ist ja so, bei dieser E-Plugged-Geschichte stehen wir ja nicht auf die Bühne und hüpfen rum, sondern wir sitzen da. Das ist schon Kontakt zum Publikum da, aber dass man da auch auf Augenhöhe kommuniziert, sind wir uns direkt gegenüber. Und da entsteht schon mal das eine Gespräch auch während der Musik. Das ist schon ganz lustig. Das heißt, ihr könnt auch individuell auf Wünsche dann live vor Ort eingehen. Wenn dann jemand sagt, hier, ich wünsche mir die Nummer, den Kuschelsong oder die Rockshow, dann seid ihr auch flexibel und könnt reagieren. Absolut, auch schon im Vorfeld. Also gerade für Geburtstage, Hochzeiten, erstellen wir gerne auch mal einen Jingle vorab mit zur Verfügung gestellten Bildern. Also wir machen alles. Sehr schön. Wenn ihr sagt, ihr macht alles, ihr habt ja auch schon einiges gemacht in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, solange wie ihr euch kennt und Musik macht. Gibt es denn so ein paar Backstage-Stories, ein paar alte, wilde Geschichten, Sex-Drucks, Rock'n'Roll, wo ihr so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern könnt? Darf man da was verraten? Also Klaus, ich glaube, wir würden gerne, aber wir wollen die anderen hier nicht diskreditieren. Also wir haben natürlich immer sorgsam unser Wasser getrunken und wollen die anderen jetzt hier nicht irgendwo in Schwulitäten bringen. Oder? Was sagst du? Ja, ja. Wir waren die Einzigen. Unsere Hose runter. Nein, nein, wir zwei waren die Einzigen. Also ich erzähl mal was ganz Kurzes. Aha. Es ist schon vorgekommen, dass dann die Band zusammensaß und die Techniker haben ja dann noch abgebaut. Und dann ist es halt passiert, dass auch mal das was kaputt geht. Und dann haben wir dann schon angerufen und gesagt, wenn die dann hochkommen zu uns noch ins Hotel, die möchten bitte die Schraubenkiste und den Akkuschrauber mitbringen. Wir mussten da einige Sachen wieder reparieren. Also Kleinigkeiten, nichts Schlimmes. Also heißt das Fazit, es macht Spaß Musik zu machen und live unterwegs zu sein? Definitiv. Und das versuchen wir auch zu verkörpern, also live unterwegs zu sein. Auch jetzt in dem Format. Wir sind ja dort auch live unterwegs. Wir haben ja die große Band in unsere Technik gestopft. Also es macht definitiv Spaß und den Spaß versuchen wir eben auch so ein Stück weit zu verkörpern und den zu strahlen. Vielen, vielen Dank ihr beiden für den heutigen Nachmittag und Abend, dass wir bei euch mal reinschnuppern durften in den Proberaum. Wir schauen euch jetzt nochmal ganz kurz beim Live spielen zu und wünschen euch viel Spaß und viel Erfolg und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank. Macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum 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 nächsten Mal.